willkommen zurück zu dirt rally 2.0 heute wieder mit halbwegs vernünftigen settings und das tolle ist es ist die letzte folge für die rally australien denn danach geht es zu einer anderen viel spaßigeren etappe wo ich keine ahnung habe was das für eine etappe ist ist das nie warte mal ist das waren wir danach hier die rally polen das wird mal schneeke kurze strecke 19 uhr am frühen abend der mensch ich hoffe diesmal wird es besser ich habe ein gutes gefühl das heißt es kann eigentlich nur noch in die hose gehen und natürlich müsste auch gott unser auto reparieren oh gott oh gott okay lichter brauche auf jeden fall das würde ich auch schon echt gern ersetzt haben karosserie da geht eine schnelle reparatur getriebe ist eigentlich auch ein bisschen wichtig was haben wir noch turbo schnelle reparatur kühler können wir eigentlich vernachlässigen sowie was bringt uns eigentlich der auspuff ich habe keine ahnung was ein kaputter auspuff macht sind wir lauter ich meine hey wir sind hier in einer sportart es gibt nicht zu laut motor wir sind hier echt scheiße mit der zeit unterwegs kühler setzen wird das denn für verneinen ha shit kühler auspuff motor 20 sekunden strafe nämlich in kauf unser auto dampft dass das ist nicht gut ich würde doch noch mal zurück zur reparatur gehen shit nicht dass wir auch gleich ein motorschaden kriegen das wäre ja richtig bitter naja egal wie meine oma schon sagt no risk no fun start voll rechts über kuppe 34 rechts lang macht zu viel glück dieser auto verwandelt sich in thomas die dampflokomotive 5 4 3 2 1 los 60 über kuppe in 4 rechts lang macht zu in links halten über kuppe achtung 30 5 rechts lang macht zu 3 über kuppe 60 über brücke eng 4 rechts in fünf links über kuppe sehr lang macht zu die handbremse war überhaupt nicht gut aber echt also die höhenunterschiede hier die sind schon krass ich hatte gerade mega schiss gab wie der tricks felsband ich hatte gerade mega schiss gehabt wegen der drecks felsband macht zu macht zu ne und voll lang 60 voll übersprungen in die 100 jetzt geht gerade die stage die stage oh fuck 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 das war knapp in 4 rechts macht auf über kuppe in 3 links macht zu 2 in 2 rechts lang mit der handbremse und rum oh und unfall komm schon nicht sterben auto nicht sterben ich weiß wir fahren hier gerade kaputten kühler aber es ist noch kein grund aufzugeben Voll rechts, 30, 5 links, extra lang über Kuppe, in voll durch Gatter und großem Sprung, 200. Okay, großer Sprung. Vier rechts lang, mach zu auf Schotter. Ich liebe das. In drei links lang, mach zu. 30, sechs rechts über Sprung. Okay, jetzt gefällt mir Australien. Sechs rechts lang, mach zu. Aber das Problem, was ich auch mit Australien habe, ist dieses Bumpige. Das hat man für diejenigen, die die gestrige Folge gesehen haben, zumindest den Anfang, die haben ja gesehen, wie, 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 ja, bodenwellig der Untergrund ist. Okay, die Handlung ist aber ein bisschen überflüssig. Just a little bit. Oh, sehe ich da einen Sprung? Nee, na, doch, nee. Ah, ich dachte, das wäre eine 4. Ah, das hätte gut werden können. Ah, ich dachte, das wäre eine 4-Rechts-Kurve. Die war auf einmal so mega eng. Wall-Tap, äh, gett. Wall-Tap, äh, gett. Wall-Tap, äh, gett. Wall-Tap, äh, fang dich. Oh, man, Licht flackert. Ja, das ist wieder das Bumpige, was ich gesagt habe. Das ist das Bumpige, und wir sterben kurz vor Ziel. Komm, 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 komm. Warum passiert das in Australien? Kurz vor Ziel. Stupid accident. Ich wollte eigentlich so, ja, mit der Beifahrer-View zuerst am Marshall vorbeiziehen. Hat nicht ganz geklappt. So, jetzt hoffen wir mal, dass unser Licht auch jetzt nicht komplett kaputt ist. Was haben wir denn? Chaos-Rieschein, kaputte Schein, oh, haha, kaputte Scheinwerfer. Was? Haben wir eine riesige Turbine? Haben wir jetzt ein Turbolader-Upgrade? Ja, eine rissige Turbine. Ja, gut, unser Turbolader war ja schon, ja, nicht so gut repariert. Wir müssten auch langsam mal in die Mechaniker investieren, denn, äh, ich hab tatsächlich vor, äh, noch mal eine Meisterschaft mit einem Gruppe B-Auto zu fahren. Eventuell das Kfz von Walter Röll und, äh, Christian Geisdörfer. So, dann weiter geht's. Mal gucken, was uns die letzte Stage, äh, zu bieten hat. Ich geh mal, ich geh mal jetzt stark von aus, dass das jetzt in der Nacht sein wird, denn, na, wenn wir jetzt in der Dämmung starten, oder jetzt gestartet haben, wird die nächste und letzte Stage, die, oh nein, verdammt lang ist, natürlich mitten in der Nacht stattfinden. Okay, fahren wir jetzt die selbe Stage, die allererste Stage ist jetzt auch die letzte Stage, nur andersherum. Toll! Das wird schrecklich, besonders der letzte Part. Das wird ja super schrecklich. Oh, no. Start, 50, 6 links, 30 ab, 2 rechts. Ach, wie wir am Qualmen sind. Oh! Was war das denn? Ist das unser Getriebe? Oh, nee. Das wird jetzt richtig in den Ohren schmerzen. 5, 4, 3, 2, 1, los. 50, 6 links, 30, rechts ab, 2, in 3 links lang, macht auf, über Kuppe, in 5 rechts lang, macht zu, 2, über Kuppe. Oh, unser Licht klackert. Oh, mein Auto will nicht rum. In 5 rechts. Ne, ich will nicht neu starten. Nein. Nein, ich habe das letzte Mal schon gemacht und dann hat es überhaupt nicht geklappt. in 4 links, don't cut, in 3 rechts, macht zu, in 5 links lang, macht zu, 4. In 4 rechts, über Kuppe lang, macht zu, auf Asphalt, 5 links lang. Ah, noch geht es. Ein paar Spaß. Schotter, voll mittig übersprungen, 80. Oh, jetzt wird super. 3 rechts, in 3 links lang, macht zu, 30, Kuppe und Sprung durch Tor, eng, in 4 rechts lang. Komm schon. Oh, Begalo. Die Motorleuchte ist an, pass auf. Was? Die Motorleuchte ist an? Man haut es sich doch eh schon an, als es gleich zerfallen würde beim nächsten Sprung. Oh, mein Licht flackert auch noch. Oh nein, oh nein. Mach zu, über Kuppe. Okay, Leute, ich glaube, es ist wieder soweit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen Move, aber ich versuche es nochmal mit Neustart. Ich meine, diese Lichter sind mir, alle, alle sechs sind mir sehr wichtig. Die in der ersten Stage schon zu verlieren. Oh, ist das nicht ganz so geil. 1, los, 50, 6 links, 30, rechts abzweig, in 3 links lang, macht auf, über Kuppe. Oh nein, Déjà-vu. Mach zu, 2, über Kuppe. Ich hätte nicht neu starten dürfen. Das ist doch wahr. Scheiße, warum fahre ich gerade wie ein Koale-Baby, das gerade vom Baum gefallen ist. Los, 50, 6 links, 30, rechts abzweig, in 3 links lang, macht auf, über Kuppe. In 5 rechts lang, macht zu, 2, über Kuppe. Das Auto fährt sich auch ein bisschen wie so ein Sack Nägel. In 4 links, in 5 rechts, in 4 links, don't cut, in 3 rechts, macht zu, in 5 links lang, macht zu, 4. Das fährt sich dann echt nicht schön. In 4 links, über Kuppe lang, macht zu, auf Asphalt, 5 links lang, in 4, über Kuppe. Nee, ich drehen. Vielen Dank. Ach, ich glaube, das wird jetzt was. Ui. In 3 links lang, macht zu, 30. Kuppe und Sprung durch Tor, in 4 rechts lang. Benalo, öh. Halt auf, 80. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gruselige, sehr gruselige Flashbacks. 6 rechts, 80. Unser Auto fährt auch nicht mehr auf seinen, wie fährt das Ding, 450 PS. In 5 links lang, macht zu, über Kuppe, in 5 rechts, über Kuppe, in 6 links, lang, ist der Motor in Ordnung, in Achtung. Ist der Motor in Ordnung? In 6 links, in 4 rechts, in 4 rechts, nach zu, über Kuppe, in 4 rechts, in 5 links, macht zu, in 3 rechts, in 6 rechts, in 4 links, mach zu. ja klar 1 links macht sogar noch zu jetzt gerade sagen jetzt sieht das gut aus wäre es fast eine katastrophe geworden sehr weit außen die linie leute jetzt wird es jetzt wird schrecklich wir kommen zu einer weiteren podcast episode in der rallye sie sehen gar nichts links halten übersprungen in 6 rechts da ist ein baum mitten auf der straße ne warte ich bin rechts von der straße links jedoch rechts auch gott nicht noch mal dagegen nein nein ich habe nicht genug auf mir hoch zu kommen ok ich bin ich habe keine ahnung wo ich bin in drei rechts nach zug über gruppe in fünf links in fünf rechts mittig über gruppe 40 drei links über gruppe extra lang warte mal ich irgendwas ist hier gerade irgendeine hydraulik schlauch geplatzt ich will ganze zeit jetzt unseren zwischen oder habe ich gas tanks im körperraum langsam rechts rechts über gruppe in 1 links nein don't die don't die don't die oh lord oh ich bin wie ein weltmeister das holen wir aber noch leute oh da ist ein baum im weg oh da war ein zuschauer ich fahre auch gerade echt scheiße holy shit ach ich sag euch australien ist einfach immer scheiße es ist einfach immer scheiße ach licht in fünf links über gruppe oh shit das war es mit nicht macht auf in sechs rechts über gruppe oh fuck die kurse richtig hängt zu wo geht es lang da fünf rechts macht zu drei lang komm rum komm rum mein junger in vier links über gruppe dreißig vier rechts lang über gruppe in fünf links durch senke und sprung dreißig über meine motor ist echt am sterben gerade es ist unglaublich dreißig fünf links in fünf rechts lang ich sehe die strecke nicht Hilfe Hilfe oh oh ich muss kommen Weltmeister und voll lang sechzig voll übersprung oh wir können sprung oh wir haben ein motor problem dreißig fünf links über gruppe in vier rechts nach über gruppe und weg ist unser luxus gut zu zwei in zwei rechts lang in drei links lang über gruppe oh nicht zu weit innen in vier rechts lang in vier rechts lang unser getriebe fliegt jetzt echt gleich durchs dach hee es ist ja wahnsinn in vier rechts in vier rechts lang in vier links extra lang über gruppe in voll durch gatter und große sprung 200 ach nicht vier rechts lang mach zu aufschotter in drei links lang mach zu drehen dreißig sechs rechts übersprung fünfzehn hier ist es nochmal richtig dunkel sechs rechts lang mach zu fünf wann ist denn oh fuck oh fuck oh fuck fang dich vielen Dank in vier links über gruppe mach zu oh haben wir einen großen vorsprung in fünf rechts ich dachte wir hätten grad die sensation geschafft aber leider nein leider gar nicht 30 links abzweigen achtzig voll mittig über gucke Handbremse war wieder unnötig gucke voll in voll rechts achtzig gatter auf schotter boah unser motor wahnsinn wir müssen echt neues auto kaufen das tut es nicht mehr weit weit auf anderer weiter geht's wir sind gleich im letzten sektor dann haben wir es geschafft in fünf links wird es heller oder sind meine Augen einfach nur an die an die dunkelheit gewöhnt 30 über ich hab so gut wie gar keinen ford wie mehr das auto ist es ist einfach nur ab auf dem schrottplatz in fünf links über gucke oder blinker dran und als erst tag verkaufen in fünf rechts gatter in fünf links über gucke und fünf rechts über und fünf rechts über welle 30 hey motor motor was machst du da und fünf rechts über gucke lang komm schon nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben wo geht's hier lang oh hier ist es wieder richtig dunkel mittig halten über gucke 50 sechs links sehr lang über gucke unser motor 50 gucke und fünf rechts lang macht auf über gucke oh ein bisschen weit links 150 gatter zielen 80 ich hab ziel gehört stopp alter vater ja also leute ich sag's euch australien ist irgendwie nicht so mein ding hier war der beweis so ergebnis wird hochgeladen ich würde gerne wissen wie kacke wir waren oh 20. 20. geht aber noch aber die zeitunterschiede sind immens der erste hat eine 8 minuten 7 erfahren und wir haben erfahren dass wir eine 8 minuten 56 erfahren haben ha schade oh ich hätte noch echt gerne die schadensmeldung mir ange ach ne ich kann sich hier nochmal angucken was haben wir denn alles oh ach ne Chaos reschan kühler dampft fehlzündungen im motor da wir ein auto sind was nicht aus den 1912er jahren kommt ist das schlecht gut dann gehen wir mal zurück und dann gucken wir einfach mal ja was für eine stage in was für einem land jetzt drankommt oh naja gut erstmal sehen wir wir oh neunter das ist für die wm richtig kacke oh aber es ist halt australien australien weiß ich nicht da ist immer der wurm drin aber eines tages leute der tag wird kommen vielleicht in einem audi sport quattro s1 in der reihenfolge ist das richtig ich habe keine ahnung aber auf jeden fall geht es in unbestimmter zeit nach polen das wird auf jeden fall in der mod scaldi freuen wir uns gemeinsam auf die polen rallys oder polen stages polen wertungs prüfungen eins davon war bestimmt richtig von daher leute ich würde mal sagen wenn es euch gefallen hat gebt gerne eine positive bewertung wenn nicht dann nicht auf jeden fall ich bin jetzt raus haut rein bye bye and have a great time bye have a great time bis zum nächsten Mal